okay nicht ganz sicher warum das gerade passiert ist aber meine kamera hat sich entschieden nichts aufzunehmen das heißt ich habe jetzt ein fertiges bild komplett bunt und kein material dazu ich habe die ersten viereinhalb minuten was ungefähr das zeichnen und vielleicht noch ein bisschen was zum schattieren ist aber das war's und wenn ihr meine videos gesehen habt wisst ihr dass ich immer die pride flag die ich an einem tag mache rein arbeite das heißt wir haben heute die bisexuelle flagge und nichts von den farben da das ausgerechnet bei einem bild was sehr viel zeit in anspruch nimmt sehr kompliziert ist diese videos oder dieses video ist vor produziert das heißt vielleicht finde ich nochmal die zeit das neu zu machen ich kann es aber nicht versprechen ich zeige euch jetzt einfach mal das endresultat und sorry i tipp and i can not change it danke fürs verstehen ciao so so so